Es ist aber auch zu, aber die Sitze sind ja wirklich echt blöd für das Ding gemacht. Es landet alles hinten in der Schale, alles was du verlierst. Aber wie ist das für eine dicke Schale? Wie ist das für eine dicke Schale? Ja. Ja, ist es platt. So, jetzt haben wir ein bisschen Stimmung hier, ja? Ja. Aber hier kommt auch keine Musik zu, der man Stimmung machen kann. Gebeam! Es dauert noch, so zwei Minuten. Es dauert noch. Es dauert noch. Ich glaube, das Entdruck kann ich nicht. Was wird wohl gleich passieren? Ja, wirklich schon. Stille. Wir machen ein Spiegelei. Ich war letztens im Phantasial noch zu Halloween. Einmal schwenken. Und das Ding war, dass der ganze Zug voll war, aber es war so ruhig und entspannt. Und man hat nie einen Zugrausch. Heeeey! Alle einmal Applaus! Jetzt geht's nochmal runter. Totenstille! Ohhhh! Ohhhh! Der könnte ja selber singen! Aber ist jetzt die Musikanlage kaputt? Können wir alle mal klatschen? Hey! 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 Wir drehen uns! Ja, so ein bisschen. Ich dachte, das wäre lustig. Das ist laut hier. Ich hör gar nichts. Mama lauter! Mama lauter! Wie heißt die Mutter? Ja! Hier war gerade eine unschaft wahrgeschickt. Ah, die Tiere variieren schon. Service ist da. Ohhhh! Hey! Ohhhh! 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 Hey! Ui! Warum bist du still, Mann? Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, wir haben die Musik kaputt gemacht. Die vorige Gruppe war einfach zu leise. Ohhhh! Gebeam! Wuuu! Ich seh nichts mehr. Ich auch. Äh, ich seh noch was. Du solltest ein bisschen mehr rekommendieren. Ja, geht's ja auch nicht, wenn die Anlage aufhängt. Er versucht gerade erst mal die Musik zu machen. Gebeam! Wenn die Bremse nicht mehr geht, ist es nicht so schlimm. Die Hattel! Wuuu! 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 Ist doch auch mal schön. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht schnell genug ist. Ich glaube, das ist die letzte Fahrt des Tages. Jetzt will ich aber eine Doppelfahrt haben. Uiuiui! Geil! Schon wieder ein Dreh hier. Wir haben es aber auch. Eine gute Beladung. Wollt ihr nochmal? Wollt ihr das? Jaaaa! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch ein! Zwei gehen noch! Einer geht noch! Einer geht noch ein! Zwei gehen noch hier! Ja! Zwei gehen auch noch! Zwei gehen auch noch! Drei Chinesen bitte! Uuuuut! Uuuuut! Ein gefühlter Mommel unter! Mommel unter! Ist gekühlt! Aber ich glaube, das Mikro ist einfach auch weg. Deswegen... Oh, Ende! Ich glaube, ich gehe dann nochmal runter. Ah! Tja! Uuuuut! Ab geht! Uuuuut! Tio 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 Tio! Finale! 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 Doch nicht Finale! Ja! Mach das! Uuuuut! Uuuuut! So lange, bis die Musik wieder geht! Ja, das wäre gut! Uuuuut! 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 Wer macht jetzt hier den Reko-Ersatz? Für alle so, jeder mal. Wollt ihr noch eine Runde? Uuuuut! Ich will alle Hände sehen! Uuuuut! Ihr seid alle gein! Uuuuut! 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 Jetzt kommt mal das Finale hier. Nein! Nein! Noch mal! Ohne Musikzugabe! Atemlos! Noch mal! Jetzt hört man das wenigstens. Jetzt hört man das wenigstens. Oh, und das ohne Musik. Jetzt geht die Musik gleich an. Tja. Mittagspause ruhen hier? Jetzt ist Uhrzeit.